So Leute, die Woche der großen Entscheidung hätten wir hinter uns gebracht. Die FED hat wenig überrascht und die Zinsen, genau wie es die meisten Marktbeobachter erwartet haben, um 0,5% gesenkt. Der große Pump & Dump blieb aus und Bitcoin konnte seitdem langsam aber stetig nicht nur über 60, sondern kurzzeitig sogar über die 64k Marke steigen. Seit gestern ist es dann aber erwartungsgemäß etwas langweiliger geworden. Ich meine, klar, es ist ja auch Wochenende und an Wochenenden ist spätestens seit die Spot ETFs am Start sind ja meistens nicht gerade viel los. Die Frage ist jetzt eher, ob wir nächste Woche den Run, den wir gerade begonnen haben, fortsetzen und vielleicht sogar, obwohl das in der Regel eher selten passiert, den September mit einem dicken Plus abschließen können. Und Bitcoin vielleicht sogar schon im Oktober oder wie es viele auch nennen, Abtober, ein neues Allzeithoch anpeilen kann. Bevor wir jetzt aber anfangen, lasst mir, wenn ihr den Kanal vollkommen umsonst unterstützen wollt, gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem helfen auch Kommentare für den Algorithmus sehr. Also worauf wartet ihr? Haut in die Tasten und lasst mich wissen, was ihr von den nächsten Wochen erwartet. Danke schon mal im Voraus. Naja, aber jetzt weiter im Text. Dass der Oktober extrem bullisch für Bitcoin werden könnte, ist unter den meisten Analysten mittlerweile gängiger Konsens. Denn nach der zumindest für uns positiven Entscheidung der FED ist die Stimmung ziemlich schnell umgeschlagen. Und wenn man bei irgendeiner Suchmaschine Bitcoin eingibt, fliegen dann die bullischen Preisprognosen quasi um die Ohren. Echt jetzt, probiert's mal aus. Auf diesem Chart zum Beispiel ist die Macht des Uptobers ziemlich gut zu sehen. Denn auch im letzten Jahr sind wir dann, also Mitte Oktober, aus einer Seitwärtsphase, die insgesamt 219 Tage gedauert hat, ausgebrochen. Und konnten dann einen Bullrun von rund 30k auf das verfrühte Allzeithoch bei ca. 74.000 Dollar starten. Jetzt sind wir seit einigen Monaten in einer ähnlich langen Konsolidierungsphase, wie wir sie Mitte 2023 durchgemacht haben. Und bis zum Oktober sind es nur noch wenige Wochen. Deshalb schreibt der Verfasser dieses Posts auf X, dass er denkt, dass die Geschichte sich wiederholen könnte. Und dass er in den nächsten Wochen neue Allzeithochs erwartet. Naja, solche Grafiken, bei denen alte Chartmuster mit den jetzigen verglichen werden, gibt es ja vor allem auf X wie Santa mehr. Manchmal treffen sie ein, aber manchmal eben noch nicht. Das allein ist also noch nicht sehr aussagekräftig. Was aber ein Fakt ist, ist, dass die Stimmung der Marktteilnehmer gerade in rasendem Tempo am Umschlagen ist, wie man unschwer um Fear and Greed Index erkennen kann. Könnt ihr euch auch noch erinnern, als wir uns den vor zwei oder drei Wochen das erste Mal angeschaut haben und der gerade von Angst auf extreme Angst umgeschlagen ist? Tja, lustigerweise war das anscheinend genau der richtige Zeitpunkt, um nachzukaufen. Denn seit dem Tag geht es stetig bergauf und mittlerweile steht er bei 54 Punkten. Gerade noch so auf neutral, aber kurz vor der Schwelle zu Gier. Dass die allgemeine Stimmung sich gerade so schnell aufhält, liegt sicher an den Zinssenkungen der FED und daran, dass in naher Zukunft mit weiteren Schritten und massiven Gelddrucken der Notenbanken gerechnet wird. Aber naja, das ist lange nicht alles. Denn zur Zeit werden wir förmlich mit bullischen News überschüttet. Mal damit angefangen, dass gerade die großen Fische wieder massiv zuschlagen und kaufen, was das Zeug hält. Allen voran natürlich Michael Saylor. Der hat nämlich mit seinem Unternehmen, nachdem er gerade erst für 1,1 Milliarden Dollar 18.300 Bitcoin akkumuliert hat, jetzt schon wieder gekauft. Diesmal hat man knapp eine halbe Milliarde locker gemacht, um sich 7.420 Coins zu sichern. Stand jetzt hält die Firma also unglaubliche 252.000 Coins, die zur Zeit einen Gegenwert von ca. 15 Milliarden Dollar haben. Ausgegeben hat man dafür aber nur 9,9 Milliarden. Man sitzt also jetzt schon auf einem Gewinn von satten 5,1 Milliarden Dollar. Die Bitcoin-Strategie Saylor geht also, wie man unschwer erkennen kann, voll und ganz auf. Und das, obwohl der nächste Bullrun noch nicht einmal wirklich gestartet ist. Tja, und was diese gewaltige Stack Ende nächstes Jahr wert sein wird, steht noch in den Sternen. Aber ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, bedeutend mehr als jetzt. Saylor ist, was das angeht, der absolute Vorreiter. Und ich bin mir sicher, dass viele andere Unternehmen genau beobachten, was er tut und wie er es tut. Wenn Bitcoin vielleicht schon bald ein neues Allzeithor erreicht und in einen neuen Bullrun startet, könnte ich mir gut vorstellen, dass vieles ihm nachmachen werden. Und wir noch in diesem Zyklus einen echten Ansturm von großen Unternehmen sehen. Dafür, dass es so kommen kann, werden von den traditionellen Banken gerade die Grundsteine gelegt. Denn institutionelle Anleger wollen ihre Bitcoin nur selten selbst verwahren, sondern sie geben, anders als wir das als Privatpersonen machen sollten, die Verantwortung gerne an eine dritte Partei ab. Tja, und das erkennen, wie es aussieht, auch gerade die Geldhäuser. Saylor hat gestern in einem Post auf X geschrieben, dass glaubwürdige Gerüchte besagen, dass eine oder mehrere amerikanische Großbanken bald anfangen werden, für Kunden Bitcoin zu verwahren. Außerdem hat die amerikanische Börsenaufsicht SEC auch gestern Optionen auf dem BlackRock Bitcoin ETF zugelassen. Optionen sind vor allem bei institutionellen Großanlegern sehr beliebt. Und so vermutet auch Saylor bei X, dass die Zulassung die institutionelle Bitcoin-Adoption maßgeblich beschleunigen wird. Tja, und um neue Anleger dafür zu gewinnen, rührt BlackRock auch gerade massivst die Werbetrommel. Denn kürzlich hat man einen ausführlichen Artikel herausgegeben, in dem man unter anderem sagt, dass Bitcoin wenig fundamentales Risiko aufweist, dass er als einzigartiger Diversifikator anzusehen sei und dass er gerade in Zeiten politischer Spannung die beste Anlagealternative darstellen könnte. Tja, BlackRock scheint also alles daran zu setzen, die Institutionen für ihren ETF und die neuen Bitcoin-Optionen zu begeistern. Das ist zwar natürlich nicht das, was wir als echte Bitcoiner uns unter Adoption vorstellen, aber es ist eben einfach der nächste logische Schritt. Bitcoin wird von einem Nischenprodukt zu einem festen Bestandteil der weltweiten Finanzwelt. Und dass die großen Player wie BlackRock da auch mitmischen und ganz vorne dabei sein wollen, ist ja wohl jedem klar. Solange wir also wissen, dass man seine Bitcoin niemals seiner Bank anvertraut oder ETFs kauft, sondern dass die Bitcoin einem nur wirklich gehören, wenn man sich selbst verwaltet und seine Keys hält, dann ist es für uns also eigentlich gar kein Problem, sondern im Gegenteil. Es war eben einfach zu erwarten und außerdem ist es ganz nebenbei auch noch mega bullisch. Die Zinswende ist eingeleitet, die Institutionen stehen in den Startlöchern und wie ich in meinem letzten Video anhand von den Schilderungen von Jack Mullers deutlich gemacht habe, stehen wir gerade wahrscheinlich kurz vor der heftigsten Geldflut, die die Menschheit je gesehen hat. So I think Bitcoin is dislocated from where it's probably naturally supposed to be priced and it will go find that over the coming months. And then I think we're going to get the most money printing in human history. They're going to have to print. They've already started. People look at interest rates. They watch interest rates way too closely. It doesn't matter, they cut rates. It doesn't matter. It's how much money is there out there, not the cost of it. They are printing. And so I think Bitcoin makes a historic run. Die Saisonalität steht auf unserer Seite. Wale kaufen, was das Zeug hält und auch sonst sieht es in meinen Augen stark danach aus, dass wir bald aus der 10-Seitwärtsphase ausbrechen und uns auf einen genialen Oktober und neue Allzeithochs freuen können. Die ganzen bullischen News, die gerade Schlag auf Schlag auf uns einprasseln, kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn wenn wir jetzt ausbrechen würden, würde das genau in den normalen zyklischen Kursverlauf von Bitcoin reinpassen. Auf diesem Chart sieht man, wie viel Prozent des jetzigen Zyklus wir schon abgeschlossen haben. Bei 100 Prozent wäre dann das nächste High-Fing. Im Moment sind wir bei etwas über 10 Prozent und wenn man sich die letzten beiden Zyklen mal so anschaut, war das immer der Punkt, an dem es dann richtig abgegangen ist und der Preis angefangen hat, parabolisch zu steigen. Da Bitcoin sich normalerweise penibel genau an den Zeitplan hält, habe ich eigentlich wenig Zweifel daran, dass es diesmal genauso kommen wird. In meinen Augen ist also alles angerichtet und ich blicke durchaus positiv in die nächsten Wochen und Monate. Was wir jetzt also nur noch tun müssen, ist abwarten. Bei kleinen Rücksetzern, die es sicher geben wird, cool bleiben und die Zeit, die wir jetzt noch auf diesem günstigen Niveau haben, zu nutzen, um so viele Satoshis zu stapeln, wie nur irgendwie möglich. Wenn dir die Analyse gefallen hat und du in Zukunft mehr davon sehen willst, dann solltest du jetzt außerdem noch schnell den Kanal abonnieren. Denn wenn du magst, noch eine kleine Spende für meine Arbeit da lassen und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.